Das ist Artea. Artea ist eine Hündin, etwas kleiner als die Rüden. Und ich habe gerade gefragt, was es zu ihr zu sagen gibt. Und mir wurde gesagt, sie ist einfach nur lieb. Sie kommt super aus mit den anderen Hunden bei sich im Zwinger. Sie ist freundlich mit Menschen, ist uns aber auch nicht angesprungen, war jetzt hier, also so wie jetzt gerade, schmiegte sich so an. Und dann wurde sie gerne gestreichelt. Und ansonsten eine ganz freundliche, unkomplizierte Hündin, die mit Sicherheit froh ist, wenn sie im neuen Zuhause auch einen weiteren Hund oder sogar Windhund hat. Das gibt ihnen einfach immer viel mehr Sicherheit, weil es das ist, was sie kennen von klein auf. Aber ich denke, dass Artea sich schnell in ihrem neuen Zuhause zurechtfinden wird, wenn sie liebevoll an die neuen Situationen und an das Leben im Haus herangeführt wird. Kleine Artea. Wunderschöne, gestromte Prinzessin.